Was hieß es? Warte, wen haben wir hier? Oh mein Gott, es ist Ingrid! Oh mein... Du musst Exido sein! Mein neuer Bewohner-Typ. Mieter. Willkommen in Little London! Ich hoffe, du liebst es hier. Du findest es toll hier. Ich bin Ingrid, die Landfrau hier. Das ist doch die Vermieterin. Na, die Vermieterin hier bei Humble Homes. Ich werde dir ein paar von den ganz wichtigen Dingen, die du wissen musst, in deinem neuen Leben beibringen. Okay. Das erste, was du wissen solltest, ist, dass du so viel wie möglich über die Einwohner lernen solltest. Als nächstes. Du musst dich auch selbst sehr gut kennen. Drücke den X-Knopf, um das Menü zu öffnen. Ja, wie das Menü zu öffnen geht, das wissen wir langsam. Das Menü ist gefüllt mit ganz, ganz viel Informationen. Ähm, also sei... Äh, also versuch sie so oft wie möglich zu checken. Äh, vergiss das nie, so ungefähr. Oh, ich hab zwölf Happiness, äh, Glücklichkeit. Ja, Glücklichkeit. Gekriegt. Und ich habe die Quest abgeschlossen. Hm, sieh dir das an. Dein, na... Dein Lächeln wurde eine ganze Menge größer. Oh Gott, ey. Ich will das nicht übersetzen, das wird so scheiße. Ähm, du musst eine Menge Glücklichkeit bekommen haben. Äh, Leuten, äh, Leuten zu helfen bei ihren Quests, ich nenne sie jetzt einfach so, macht jeden glücklicher. Den, äh, Questgeber und den Questausführer. Wenn, wenn alle nur so freigiebig mit ihrer Zeit und Energie wären, wäre die Welt eine, mhm, viel glücklicher. Mei, ne Güte. So. Oh mein Gott, sie hat ein Fragezeichen, äh, ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Was mache ich jetzt nur? Was mache ich jetzt nur? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich trau mich nicht. Ach, ich trau mich. Äh, ich werde dir schon... ... schon bald deinen Raum, äh, dein Zimmer zeigen. Aber, erst mal musst du was für mich tun. Du musst zur, zum Rathaus gehen und deine Adresse registrieren lassen. Hast du die, äh, das Rathaus hier schon gesehen, als du dran vorbeigerannt bist? Nein, natürlich nicht. Ich bin mit geschlossenen Augen dran vorbeigerannt. Äh, es ist das Backsteinhaus genau hinter diesem hier. Aha, aha. Wenn du eingetragen wurdest, dann komm bitte wieder zurück. Okay. Dam, 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 das ist es wohl. Hm. Und bei wem kann ich mich jetzt eintragen lassen? Bestimmt nicht bei, bei dem vielleicht? Exi... äh, Exidon. Nicht wahr? Äh. Hast eine... ...Residenz in Little London... ...erstanden. Exzellent. Lass uns mal sehen. Äh, äh... Und fertig. Jetzt bist du offiziell registert als ein... ...Little Londoner. Ein Service, äh, ein Service, den wir unseren Bewohnern anbieten, ist die Lieferung des Tiny Times Newspaper. Oder der Tiny Times Zeitung. Ich würde dir wärmstens empfehlen, äh, immer mal wieder reinzuschauen und zu checken, was es zu checken gibt im Menü-Screen. Aha. Okay. Dup, dup. Da ist aber kein Newspaper. Meeeeeeensch! Manu. Na, wie auch. Wie soll ich denn das jetzt bekommen haben von jetzt auf gleich? Außer der hätte es mir selber geliefert. Hoho. Bling! Schöner Ton. Willkommen zurück! Äh, verdammt, jetzt hab ich vergessen, wie ich die gesprochen hab. Alles registriert und... Äh, mhm. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Jetzt wird sie mir meinen Raum zeigen. Äh, mein Zimmer. Okay. Und ich hab wieder Happiness bekommen. Juhu! Ich glaub, ich werd das darauf reduzieren, dass ich immer so sage, was ungefähr der Fall ist. Was immer so ungefähr gesagt wird. Das ist viel einfacher. Also, das hier ist mein Zimmer. Boah, ist das groß! Äh, äh, äh. Ja, also die haben's nicht so mit Platz und vielleicht mit Möbeln und was auch immer. Äh, äh, äh. Also, die wird da sauber machen, hat sie gesagt. Während du wartest, kann man sich ja mal den lokalen Shop, den Konsum, einkögen. Ja. Um ein paar Dekorationsideen zu sammeln. Aha. Es ist das große Gebäude auf der Hauptstraße. Aha. Okay. Und man könnte mal an der Universität vorbeigucken. Geht klar. Also, ein großes Gebäude. Außerdem steht's ja immer da, wo ich bin, wenn ich irgendwo da vorbeikomme. Oh, klar. Ein Casino. Da geh ich sofort rein. Nein, tue ich nicht. Oh. Granny Riddleton's. Check. Und das hier ist doch die, die andere Riddleton. Wie hieß sie denn noch? So. Hm. Da ist der Department Store. Den brauche ich, den suche ich. Mhm. Die haben hier echt viel zu verkaufen. Zum Beispiel Kleidung und Möbel. Da, 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 da. Außerdem sollte man, bevor es zu spät wird, zurückkaufen. Zu Ingrid. So. Willkommen im Chess-Geschäft. Was soll ich denn da zu sagen? Äh, benutze bitte den Aufzug auf der linken Seite, um unsere, bla, bla, bla. Warte mal, nein. Äh, um unsere, äh, 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 Verkaufsräume zu erreichen. Warte. Aha. Aha. Die benutzen das englische Nummer, 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 System für die, für die, die Geschosse und sowas. Okay. Das ist das Erdgeschoss. Steht G. Gut. Das Nächste ist der Erste, dann der Zweite, dann der Dritte. Aha. So, so. Also, die sind alle englisch dort. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also, wir benutzen sozusagen auch das englische System. Was auch immer. So, gucken wir mal in den ersten Stock. Ta, 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 ta. Aha, willkommen. Möchtest du was kaufen? Naja, eigentlich nicht. Ich wollte mich nur umgucken, aber naja. So, äh, wir haben insgesamt gerade 100, ähm, ähm, äh, Währung. 100 Währung, genau, erst mal. Äh, Teuros. Keine Ahnung, was es sind, aber, äh, deswegen können wir uns nicht so tolle Sachen kaufen, aber was haben wir denn hier so? Wir haben haufenweise Pixel, die wir kaufen könnten. Blaue Hosen. Hey, könnte man für genau 100 kaufen, aber ich will erst mal weiter gucken. So, das, damit würde ich dann weniger aus, also, würde meine Figur weniger aussehen wie ein Mädchen. Das sieht fast genau gleich aus hier. Was gibt's hier? Hüte und Bandanas. Und ein Barret. Äh, Strohhut. Geil. Ich könnte einen auf Monkey D. Ruffy machen. Okay, hier gibt's also Hüte und Zubehörzeugs. Gut, dann wird im nächsten Stock wahrscheinlich, wer hätte es dann gedacht, ja, Mobiliar sein. Natürlich. Kaufen wir uns doch erst mal ein Fernseher. Und dann, oh, ein, ein Piano, ein Flavier. Ich will es ja haben, aber es ist so teuer. Okay, was gibt's denn sonst noch so? Ein Bücherschrank. Ein Schrank. Tische. Ähm. Stühle. Ich will noch nichts kaufen. Ich mach das später. Wenn ich ganz, ganz viel zusammen gesammelt hab. Dann kaufe ich mich, dann kleib ich mich neu ein. Nö, 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 nö. Und so. Und dann lass ich mir die Nägel lackieren. Und die Füße pedikieren. Und so weiter. Und so weiter. Und dann lass ich mir erst mal... Oh mein Gott, ich will ins... Fragezeichen, 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 Ding. Ein roter Eimer. Das ist voll überraschend. Und voll gruselig. Gar nicht wahr. So. Okay, dann gehen wir jetzt mal in... Ingrids Raum. Oh mein Gott, noch ein Eimer. Oh mein Gott, sie sind überall. Ja, okay. Hier haben wir... Ingrids Stuff. Wir haben sogar ein Bett. Ich will schlafen in Ingrids Bett. Geht nicht. Also gehen wir jetzt in mein Zimmer. Und ich hab kein Bett. Ich hab kein Bett. Wie soll ich die Nacht überstehen? Muss ich woanders unterkommen? Ja, mit Titten geht das. Willkommen zurück. Hast du ein bisschen was eingekauft? Nö. Es ist voll toll, um... Es ist voll toll, neue Sachen zu bekommen. Äh... Es... Äh... Es ist allgemein bekannt, dass es deine Glücklichkeit erhöht. Ich find dieses Wort so geil. Und wenn du ein paar andere Klamotten kaufst... Kannst du sie anziehen, indem du sie aus dem Menü auswählst. Du kannst auch den Y-Button drücken, um dich umzudrehen und zu gucken, wie du von hinten aussiehst. Ja, ich sehe jetzt schon, wie sie von hinten aussieht. Natürlich, äh... Wenn du Sachen kaufen willst, brauchst du... Währung. Du brauchst Teuros. Äh... Du wirst dafür einen Job brauchen. Apropos... Äh... Sie heuern, glaube ich, Leute an im Rathaus. Also sie vergeben da Jobs. Das ist sozusagen gleich das Arbeitsamt mit drin, oder was? Maybe you should pay them a visit. Ha, ha, ha. Jetzt könnte ich einen Witz auf Englisch machen. What? I have to pay? For a job? Nein, das heißt eigentlich, du sollst ihnen einen Besuch abstatten. Nix mit bezahlen. So, ich hab wieder was geschafft. Äh... Du kannst jetzt dein Outfit verändern. Äh... Drücke den X-Button, um das Menü zu öffnen. Wow. Das ist genauso wie, sie beschließen zu das und das und das und das. Drücke den X-Button. Ja, ich drücke den X-Button. Hui. This isn't available. Just yet. Schade. Okay, dann wollen wir mal in die Halle rein und... Gucken wir mal. Der gibt mir einen Job, oder was? Suchst du einen Job? Nein. Ich will die ganze Zeit nur hier rumstolzieren. Ich will Quests erfüllen. Aha, aha. Oh mein Gott, geil! Hausmeister! Ich darf Hausmeister werden. Äh... Die Arbeit beinhaltet Müll aufsammeln und den Müll in Mülleimer stecken. Boah. Also, findest du das nicht voll toll, Leuten den Müll nachzuräumen? Dann ist das genau der Job für dich. Oh ja, ich find's so klasse. Oh mein, ich fühl mich echt wie auf der Arbeit. Ähm, okay. Dann suchen wir mal nach Müll. Ich suche Müll. Ich suche Müll. Da ist Müll. Müll hat ne Quest für mich. Juhu. Ich soll zu Rodney zurück. Nur weil ich Müll aufgesammelt hab. Ey! Ey, guck mal! Hier ist Müll! Oder was? Mensch, das war schneller, als ich gedacht hätte. Glückwunsch! Fertig! Oder was? Jetzt ist Little London ein wenig sauberer. Pfff! Pfff! Dank deiner heroischen, aufopferungsvollen Taten. Pfff! Es sieht so aus, als wäre der Müll, den du heute gefunden hast, ist einfach zu finden gewesen. Und zum Glück war da nicht so viel. Mhm, mhm. Blöderweise wird das nicht immer der Fall sein. Und ich empfehle dir, dass du dich vorbereitest. Dum, 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 dum. Ich übe zu Hause Müll aufsammeln und in den... Ja, Mülleimer packen. Das werde ich machen, so als Vorbereitung. Ähm, hier ist deine Bezahlung für die heutige Arbeit. Äh, ich würde es dir sehr empfehlen, das nicht alles auf einmal auszugeben. Ah, ja, das ist richtig. Ich hab hier ne Nachricht für dich von Ingrid. Mhm. Ähm, wie es scheint, hat sie nichts, was sie dir geben möchte. Äh, ne, sie hat was, was sie dir geben möchte. Ach so. Das macht auch mehr Sinn. Äh, ich empfehle dir wärmstens, Ingrid in Humble Homes aufzusuchen. Wow, ich hab 80 Teuros bekommen. Toll! Und ich hab mehr Happiness. Jaja, und ich hab ne... Ne Quest erfüllt. Und na... Du kannst jetzt dein... Ja, deine Livelihoods... Au, abchecken. Also, wieder X pressen. Und, äh... Ah, da, da steht ein bisschen was drin über solche Sachen. Okay, jetzt weiß ich's. Das ist also Livelihood. Da steht drin, was ich gemacht hab und... ...was ich so dafür bekommen hab. Schön. So. Also, in meinem Raum ist niemand. Und... Dann muss ich in Ingrids Zimmer. Und sie hat... Ja, sie hat was, was sie mir geben möchte. Eine Quest. Wo-رت-Holfen physically da- ieh. Auf geht's? Rose, ich bin mar答ISS. Sie hat sich in die Welt. Noch-Ren Benedict, Ich bin garptotisch. ender... Und dann gibt's...